Das ist mein kleiner Bruder. Könntest du mir mal helfen? Das hat ja alles von mir. Ist ja wohl klar, wie dieser Kampf endet. Was war's dann? Bam! Ich trainiere ihn immer noch. Ich hab'n Kampf nächste Woche. Und wenn ich gewonnen hab, werde ich viel Geld verdienen. Dann können wir uns öfter sehen, okay? Viel Glück, Daddy! Freu dich nicht zu früh, Casey. Mach's gut, Liebling. Du plasterst Straßen, oder? Ja, das auch. Und ich bin Boxer. Hab ich gehört, du bist ein Sprungbrett. Ich hatte ein paar harte Kämpfe, aber beim nächsten zeig ich allen, wer ich bin. Ja, und den wird er auch verlieren. Jetzt bewegt er einen süßen Arsch und mal mehr. Hey, nicht so respektlos. Mickey Ward ist 31 Jahre alt. Er ist hier, weil er das Geld braucht. Siehst du, wie groß der Kerl ist? Der bringt 20 Pfund mehr auf die Waage, Dickie. Wenn du nicht kämpfst, gibt's keine Kohle. Ich hör auf, Charlene. Ich will nicht mehr kämpfen. Und ich brauch das auch nicht mehr. Es ist echt traurig, dass du's dir wegnehmen lässt. Es war mir peinlich. Ich hab allen gesagt, dass ich gewinne und wieder auf Kurs komme. Ich hab's satt, immer alle zu enttäuschen. Pass auf, Mick. Du hast dein Herz wie ein Löwe und bist ein talentierter Boxer. Ich kann dir eine echte Chance geben. Mach einen letzten Anlauf, bevor es zu spät ist. Was ist mit meinem Bruder? Alles, was ich kann, hab ich von ihm. Ohne ihn schaff ich's nicht. Bei allem Respekt, er sorgt nur für Probleme. Dickie, leg dich sofort auf den Boden. Scheiße, lass er ihn auf! Lutzmann! Ich bin Boxer. Brich ihm die Hand. Mick, ich hab das für dich getan. Was hast du für mich getan? Ja. Tu mir einen Gefallen und lass es einfach bleiben, okay? Bereit für den Titelkampf? Du bist kein Sprungbrett mehr. Er benutzt dich nur. Du bist aber nicht ich. Du hast jede Menge Probleme und deshalb bist du jetzt hier. Wir trainieren nur, wenn die geht. So bin ich das Problem. Ich bin sein Bruder. So, weil du selbst das scheiß Problem bist. Du springst doch. Ich bin derjenige, der kämpft. Nicht du, nicht du und nicht du. Das ist meine Chance auf den Titel. Der zweite werde ich nicht bekommen. Mickie hat die Chance dahin zu kommen, wo ich niemals war. Er braucht dich. Okay, wir sehen uns in Mickies Ecke. Das ist deine Chance. Ich hatte meine und hab's versaut. Aber du schaffst das. Du bist Mickey Watt. Du bist Mickey Watt. Du bist Mickey Watt. Du bist Mickey Watt. Untertitelung des ZDF, 2020